Herzlich Willkommen beim Alpharski und heute öffnen wir die nächste Tin Box von der neuen Tin Boxen. In dem Fall ist es Furiam Blitz X, ich habe es garantiert. Mal gucken, ob wir noch eine X Karte ziehen. Es gibt dann auch nur noch zwei Boxen, das heißt wir haben jetzt Halbstand. Das ist die Karte, die nehme ich auf jeden Fall schon mal gerne entgegen. Schöne Karte, gefällt mir. Dann gibt es noch hier so eine Power Card und die vier Booster von den neuen. Naja, nicht ganz von den neuen. Da steht Batterien. Box kommt weg. Und wir holen uns kurz mal eine Reihenfolge aus. Das ist gar nicht so schwierig, die Reihenfolge wird schnell vonstatten. Das, das, das. Das machen wir zuletzt. Boah. Da hab ich. Na, wir gehen mal mit der Reihenfolge. Gut. Versuchen wir unser Glück. Erstmal dieses Pack. Kamen wir sie in den Puppermaskerade ins Zierlicht. Ich hoffe sie auf X Karten. Ich hoffe so sehr auf X Karten. Ich sag's euch. Ich kann Traum im Müll der X Karten ziehen. Und ob wir den Rekord irgendwann mal knacken, ist auch die Frage. Schnäppke. Pantflamm. Pinsir. Ja, wird besser. Pioner. So hat's normale Karten noch nicht gezogen. Glaziola. Schöne Karte. Sira Apfel. Ja. Voltrian. Ja, nehme ich mit. Trainerkarte. Glitzernde. Ist ein gutes Zeichen. Dann. Noch eine Glitzernde. Aber keine X. Beatori. Keine X Karte. Das war schon mal nix. Das war schon mal nix. Das war ein Satz mit X. Nächstes Pack. Schwert und Schild. Verlorener Ursprung. Das sind unterschiedliche Packs. Das dreht sich ja auch hauptsächlich um die neue Karte, würde ich sagen. Okay. Ich hab das zwar richtig aufgemacht, aber irgendwie war's falsch herum drin. Hab ich noch nicht gehabt bis jetzt. Neue Sache. Iso Barschuft. Paragoni. Ok. Makoita. Ja. Fritzlblitz. Ja. Kramox. Ja. Dann haben wir Skelabra. Die ist stark. Raichu. Schöne Karte. Nehmen wir zwei starke entgegen. Haben Gastrodon. Ah, das sieht auch schlecht aus. Late Necto. Und das war's schon. Komisch das Pack. Hat mir gar nicht gefallen. Das war das schlechteste, was ich jemals hatte. Dann versuchen wir's mit dem Pack. Bei dieser wie ein Glückwer. Ja. Vielleicht kommt die Glückssträhne ja noch zum Vorschein. Gar keine Ziele, dass er der schlechteste Opening er war. Dann haben wir Clipdiflux. Wir haben Skoglu. Sensekt. Zebritz. Oh, sieht schlecht aus. Trainercard. Diffel. Und noch ne Trainercard. Knorbel. Und der Ex. Oh, wir haben doch ne Excard. Boah. Grimanzo. Ja, nice. Wir haben eine Excard schonmal. Und die sieht nicht schlecht aus. Die hab ich noch nicht. Die nehm ich mit. Eine haben wir. Eine haben wir. Jetzt bekommen wir noch ne zweite mit dem Pack hier. Kann man sie in Purvormaskeraden ins Jährlich. Die zweite wär ja auch nice. Die sind so selten. Die Excard sind so cool aus. Und so schön. Die sind so schön. Die sind so schön. Ja. Die sind so schön. Ja. Das war eher nicht so zu erwarten, dass dann eine Excard geworden ist. Vielleicht wäre das keiner geworden. Egal. Knatox. Luxio. Wolbit. Goldini. Ist wieder ganz schwach. Trainercard. Braucht kein Mensch. Palampifian. Wieder eine Trainercard. Könnte ein Ex drin sein. Eine glänzende. Fione. Ja. Sieht nur nice aus. Aber es ist leider keine. Panferno. Ist keine Excard. Ich hätte erst gedacht, da wäre eine Ex drin. Ne. Dann haben wir nur die zwei Exkarten. Wir sind zufrieden. Immerhin haben wir noch eine weitere gezogen. Und. Wenn das Video gefallen hat, ist das gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.